وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَمَّا بَعْ Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, صلى الله عليه وسلم, sein Diner und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir freuen uns wieder in eurer geehrten Anwesenheit, liebe Geschwister, mit unserer wunderschönen Unterrichtsreihe fortzufahren, und zwar die Geschichten der Propheten. Und wir haben keinen geringeren Propheten und Gesandten als Isa, aleyhissalatu wassalam, Isa, Friede und Segen und Heil auf ihm. Das ist unsere Unterrichtsreihe, die wir schon seit einigen Wochen mit euch, liebe Geschwister, studieren und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren darin, diese Geschichte weiter zu erfahren. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, haben wir das letzte Mal auch einen Vergleich gemacht zwischen dem Glaube der Muslime bezüglich Isa und dem Glauben der Christen. Und ein jeder konnte dann sehen, wer Isa, Jesus, näher steht. Und das ist ganz klar zu beantworten, dass die Muslime Jesus näher stehen, weil sie auch dem folgen, was Jesus gepredigt hat. Anders als andere Leute. Aber unsere Aufgabe ist nicht, dass wir hier sitzen, um die anderen zu beschimpfen, sondern vielmehr, damit wir sie einladen zu der wahrhaftigen, zu der richtigen, aufrichtigen Religion. Eine Religion, die nur einen einzigen Gott kennt. Allah, der einzig und alleine angebetet werden muss. Allah. Allah, der über alles verfügt und nichts und niemand teilt mit ihm die Herrschaft. Wer das verstanden hat, walhamdulillah, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm viel Gutes in seinem Herzen gegeben. Er braucht nur diese Überzeugung, um zu wälzen in das Glaubensbekenntnis. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Und auch, wenn du möchtest, Jesus sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Heute werden wir inshallah ta'ala über eine ungewöhnliche Geschichte erzählen, die Jesus, Isa a.s.w. passiert ist mit seinen Jüngern. Und wir haben das letzte Mal auch darüber geredet, wer seine Jünger waren. Das waren diejenigen, die den stärksten Glauben an Allah und ihren Gesandten hatten. Und sie waren sozusagen eine Auslese unter den gesamten Menschen. Die Gläubigsten unter ihnen, wenn du es so haben möchtest. Das waren die Jünger von Jesus, von Isa a.s.w. Und du solltest wissen, jede Religion hat ihren Ursprung. Wenn du wissen möchtest, wer hat die Religion in der Zeit von Jesus am besten praktiziert, dann musst du dich an den Leuten halten, die auch ihm am nächsten gewesen sind. In diesem Falle die Jünger. Sie waren Isa, Jesus a.s.w. am nächsten. In der Zeit von Moses, von Musa a.s.w. waren es die Gläubigen unter dem Volk von Bani Israel. Und in der Zeit von Mohammed, sallallahu a.s.w. waren es seine Sahaba, die edlen Gefährten. So haben wir immer einen Ursprung, zu dem wir zurückkehren, weil dieser Ursprung, je näher wir daran sind, umso authentischer die Religion. Anders ist es, liebe Geschwister, mit den klassischen Wissenschaften. Und wenn wir heute in die Medizinbücher hereinschauen, so werden wir Erfahrungen gemacht haben, Errungenschaften erreicht haben, die es damals nicht gab. Das heißt, je mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr können wir über die Medizin sagen. In der Religion ist das genau umgekehrt. Je weiter du zurückkehrst zum Ursprung, umso authentischer ist das Ganze. Das solltest du dir erstmal merken und wissen, dass wir nur deswegen von vielen Leuten angefeindet werden, weil wir die Religion so praktizieren wollen, wie sie in ihrem Ursprung war. Und weil wir als Muslime, wahrhaftige Muslime, möge Allah uns wahrhaftig machen, nicht bereit sind, unsere Religion zu verkaufen, zu verdrehen, zu fälschen, so wie manche Leute es versuchen, mit unserer Religion zu machen. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, das sind ihre Versuche, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er entscheidet darüber, so wie die Leute es damals nicht geschafft haben, den Koran zu fälschen, so werden sie es auch in dieser heutigen Zeit nicht schaffen und bei Allah auch nicht in Zukunft. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns schon die frohe Botschaft gegeben, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la hafidun. Wir haben den Koran herabgesandt und wir werden ihn bewahren. Wenn Allah ihn bewahrt, dann kann niemand diesen Koran fälschen. Und genauso diese Religion wird bewahrt bleiben. Deswegen sollen die Islamhasser sich lieber mit etwas anderem beschäftigen, wo sie wirklich eine tatsächliche Chance haben, es zu ändern. Bezüglich unserer Religion werden sie es nie ändern können, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen hat, höre zu, das ist der schönste Satz, sie möchten Allahs Licht, bedeutet seine Religion, wer die Islamhasser mit ihren Mündern auslöschen. Allah aber wird seine Religion vollenden, höre zu, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Es ist ihnen zuwider und sie möchten es am liebsten selber in die Hand nehmen, aber sie vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala genauso einen Plan hat, wie sie einen Plan haben. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِدِينَ Sie schmieden Pläne. Wer? Diejenigen, die den Islam hassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Sie schmieden Pläne. Aber auch Allah schmiedet Pläne. Und Allah ist der Beste unter denjenigen, die Pläne schmieden. Schlusspunkt aus. Ein Muslim weiß, dass jeder Buchstabe, ich sage nicht jedes Wort, jeder Buchstabe im Koran völlige Überzeugung in seinem Herzen bedeutet. Er glaubt daran, auch wenn er es nicht gesehen hat. Er weiß, von Allah kommt nichts anderes als die Wahrheit. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ Möge Allah uns immer auf diesem Weg der Rechtleitung befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von diesem Weg abirren lassen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, heute werden wir über eine wundervolle Geschichte sprechen, die Isa a.s. in seiner Zeit mit den Jüngern passiert ist. Und zwar kamen sie zu ihm, und höre gut zu, auch du, der du kein Muslim bist, der du vielleicht ein Christ bist. Diese Geschichte steht nicht in der Bibel. Sie ist nur bei uns im Koran verzeichnet. Deswegen höre umso besser zu. Die Jünger, bedeutet die Schüler sozusagen von Jesus, kamen zu ihm. Und sie haben nach etwas Ungewöhnliches gefragt. Sie sagten diese Jünger, wo wir gesagt haben, das war sozusagen die Elite unter dem Volk, die an Jesus geglaubt haben. Sie haben gesagt, höre diese Frage, subhanallah. Die muss man manchmal zweimal hören, damit man versteht, was sie damit meinten. Sie sagten, O Jesus, Sohn von Maria. Haji, subhanallah. Er war doch der Gesandte. Er war der Prophet. O Jesus, Sohn von Maria. Ist dein Herr imstande, Dein Herr imstande, uns einen Tisch voller Speise herabzusenden? Herabzusenden, das heißt, dass wir es mit eigenen Augen bestätigen können. Ist er in der Lage, dieses herabzusenden? Subhanallah. Wir lernen jetzt eine Ziffer, eine Eigenschaft und auch einen Namen von Allah. Allah ist Al-Qadir. Derjenige, der zu allem mächtig ist. Subhanahu wa ta'ala. In unserer Religion des Islam, wenn man daran zweifelt, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache nicht machen kann, so hat man die Religion verlassen. Der Islam hat ein ganz anderes Bild über Allah als andere Religionen über Gott. Der Islam hat ein vollkommenes Bild über Allah subhanahu wa ta'ala und zwar, dass Allah allmächtig ist. Warum? Die meisten Leute machen einen gigantischen Fehler. Sie vergleichen ihre Fähigkeiten mit der Fähigkeit von Allah und deswegen gehen sie in die Irre. Niemals ist die Fähigkeit Allah wie die Fähigkeit seiner Geschöpfe. Denn Allah ist Al-Qadir. Er ist zu allem in der Lage, er besitzt zu allem die Macht, subhanahu wa ta'ala. Anders als die Geschöpfe. Die Geschöpfe könnten vielleicht einen Willen haben. Sie haben einen Willen. Aber sie könnten gerne eine Sache umsetzen wollen. Der Wille ist da. Aber sie haben nicht immer die Macht dazu, es umzusetzen. Wenn ich euch frage, liebe Geschwister, möchtet ihr, dass die Situation der Muslime sich auf der ganzen Welt verbessert, was werdet ihr mir sagen? Ja, das ist der Wille. Aber seid ihr in der Lage, dieses auch umzusetzen? Wir nicht. Aber wer? Allah, subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah möchte, macht er das in einem Augenblick. Wenn wir mit dem Auge zwinkern, in der nächsten Millisekunde hat Allah, subhanahu wa ta'ala, schon komplett die Situation der Muslime geändert. Deswegen ist er Al-Qadir. Das heißt, bei Allah, subhanahu wa ta'ala, bleibt es nicht nur bei einem Willen, wenn er etwas bestimmt, subhanahu wa ta'ala, sondern er ist auch in der Lage, dieses umzusetzen. Allahu akbar. Wie schön die vollkommenen Namen von Allah, azza wa jall, sind. Und wie viel Ruhe ein Muslim in seinem Herzen bekommt, wenn er weiß, dass dieser einzig und alleine sein Gott ist. Er weiß, wenn er ihn bittet, dass dieser, der gebeten wird, Allah, subhanahu wa ta'ala, einzig und allein, dass Allah in der Lage ist, alles tun zu können, was er möchte, subhanahu wa ta'ala. Das ist das Bild von Allah, was wir haben als Muslime. Anders sieht es bei anderen Religionen aus, dass sie sogar Menschen die Fähigkeiten geben, die nur Allah, azza wa jall, besitzt. Dann fragen wir diese Leute, was bleibt dann für Allah übrig? Was macht dann Allah so besonders? Bei uns Muslimen ist er besonders. Warum? Weil wir niemals das tun können, was Allah, azza wa jall, subhanahu wa ta'ala, in der Lage ist zu tun. Was haben sie ihn gefragt? هَلْ يَسْتَقِعُ رَبُّكْ أَيْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِلَتَمْ مِنَ السَّمَاءِ Ist dein Herr in der Lage, uns ein Tisch voller Speise vom Himmel herabzusenden? Was bedeutet diese Frage? Die Gelehrten, die diese Wörter so wie sie stehen und wie sie weiter folgen, analysiert haben, haben gesagt, dass die Jünger Zweifel gehabt haben an der Macht Allahs. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Deswegen sagen wir euch immer, liebe Geschwister, lernt eure Religion und sagt nichts Falsches über Allah. Wie viele Leute beten Allah an? Sie beten viel und sie fasten viel, aber sie kennen Allah nicht. Und dass du nur betest und fastest und auch spendest, ist wunderschön. Aber wichtiger ist es, den kennenzulernen, den du anbetest und für den du fastest und in dessen Namen du spendest. Denn es ist bei vielen Leuten passiert, dass sie zwar eifrige Diener waren, aber ihre Aqida war übel. Das bedeutet, sie haben ein falsches Bild über Allah gehabt und haben deswegen den Islam verlassen. Wir Muslime, wir wissen, Allah ist zu allem in der Lage. Was sagten die Jünger? Ist er dazu in der Lage? Ich wiederhole nochmal, die Gelehrten, die analysiert haben und diese Wörter ganz genau analysiert haben und auch die Folgewörter sagen, diese Leute haben Zweifel gehabt an der Macht Allahs. Womit begründen sie das noch? Weil es gibt andere Gelehrte, die gesagt haben, ist Allah in der Lage oder kann Allah uns einen Tisch voller Speisen vom Himmel herabsenden als eine Art Frage? Höre dann die Antwort von Jesus, von Isa a.s. salatu was salam qala ittaqu Allah in kutum mu'mini Fürchtet Allah, wenn ihr tatsächlich Gläubige seid, subhanallah, wenn sie einfach nur fragen würden, oh Jesus, nicht bös gemeint, aber ist Allah in der Lage? Nicht ist er in der Lage, sondern vielmehr kann er das tun. So, wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir habe und sage, kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Ich zweifle nicht daran, dass er es tun kann, dass er in der Lage dazu ist, aber ich sage es höflich, anstatt dass ich sage, bring mir ein Glas Wasser. Kein Problem, wenn die Bedeutung so wäre, aber wenn sie so wäre, warum sagt Isa a.s. salatu was salam Jesus als Antwort? Fürchtet Allah, wenn ihr tatsächlich Gläubige seid. Und noch mehr, diese Gelehrten, die diese Ansicht verfolgt haben, sagen noch mehr, sie haben ihn angesprochen, O Isa, Sohn von Maria, warum nicht? O Gesandte Allah, O Prophet Allah, dann sagten sie, ist dein Herr, subhanallah, er ist doch auch euer Herr, ist dein Herr in der Lage, uns ein Tisch voller Speisen vom Himmel herab zu senden? Qala, ettaquullaha inkuntum mu'mini. Fürchtet Allah, wenn ihr doch tatsächlich Gläubige seid. Subhanallah, dieses ist erstmal eine Sache, die wir als Muslime verstehen müssen. Deine Aqida, dein Glaube ist am wichtigsten. Denn wenn dieser Glaube nicht stimmt, dann brauchen wir über deine Taten gar nicht zu reden, weil das deine Basis für alles ist. Abu'l-Bara, was heißt das jetzt? Waren die Jünger Kuffar? Isa, hat den Mangel bei diesen Leuten erkannt und sie deswegen gewarnt. Fürchtet Allah, wenn ihr tatsächlich Gläubige seid. Das heißt, er hat sie entschuldigt. Warum? Weil sie es zu diesem Zeitpunkt nicht besser wussten. Isa hat sie entschuldigt. Entschuldigung, gibt es so etwas in der Religion? Natürlich gibt es so etwas in der Religion. Und wer kennt die Religion Allahs am besten als die Gesandten, die Propheten, die Allah zu seinem Volk herabgesandt hat, geschickt hat, entsandt hat. Trotzdem hat er ihnen beigebracht, dass das ein Fehler war, was sie gesagt haben. Und dann sagten sie, höre zu, oh Diener Allahs, denn das war nicht alles. Kalu nuridu an na'kula minha. Wir möchten davon essen. Bedeutet von was? Von diesem Tisch voller Speisen. Und im Arabischen Al-Ma'ida ist nicht Al-Tawila. Es gibt Al-Tawila, das ist der klassische Tisch, den ihr kennt. Al-Ma'ida, liebe Geschwister, ist sozusagen der Tisch, der etwas höher gelegen ist als der Boden. Sozusagen ein flacher Tisch, auf dem Speisen liegen. Das ist Al-Ma'ida im Arabischen. Und daher haben sie dieses begehrt. Warum? Weil sie wollten etwas Genuss verspüren. Nichts Schlimmes. Aber subhanallah, als Isa ihnen gesagt hat, fürchtet Allah, so sagten sie, wir wollen davon essen. Und wir wollen auch, dass unsere Herzen Ruhe finden. Ja, subhanallah, das Essen ist doch nicht die größte Priorität. Damit haben sie angefangen. Sondern wenn Allah einen Tisch vom Himmel herabsendet, voller Speisen, dann ist das eine Aya, ein Zeichen, wo niemand mehr danach an Allah subhanahu wa ta'ala zweifeln kann. Das ist nicht das Erste, woran man denkt, das Essen. Sondern vielmehr, Allah hat uns eine Aya gegeben, ein Zeichen gegeben, ein Vers gegeben, wo wir wissen und bestätigen und sowieso vorher schon wussten, dass er zu allem in der Lage ist. Sie sagten, und wir wollen auch genau erfahren, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Subhanallah, jetzt müssen wir uns mal vorstellen und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, was die Wunder von Jesus waren. Was waren die Wunder von Jesus? Erstmal Isa ich sage Isa im Arabischen, Jesus im Deutschen, Isa konnte aus Lehm einen Vogel gestalten, aus Lehm, hereinpusten und so ist der Vogel geflogen. Als wäre er als Vogel geboren. Ajib, wenn du so etwas mit deinen eigenen Augen siehst, wer würde hier noch zweifeln? Jesus konnte den Blindgeborenen, der von Anfang an blind geboren wurde, heilen mit der Hilfe Allahs. Was hat er gemacht? Er hat nur mit der Hand über seine Augen gestrichen und so konnte er wieder sehen mit der Erlaubnis Allahs. Al-Masih, so wird er genannt, Jesus, eine Erklärung von Al-Masih kommt von Masah. Masah heißt streichen im Arabischen. Und er strich und das war eine Zeit, in der die Medizin vorangeschritten war und wo die Leute eine Ruhestellung hatten, die in der medizinischen Lehre etwas vorzuweisen hatten. Da kommt Jesus in so einer Zeit, weil wir haben gesagt, wie Ibn Kathir berichtet hat, dass Allah zu jeder Zeit, wo etwas ganz besonders war, einen Propheten schickte mit noch etwas Besonderem. Aber genau zu dieser Angelegenheit und Jesus kam zu einer Zeit, wo die Medizin sehr hoch gepriesen war. Und so strich er über den Blind Geborenen. Er strich über den weiß Gefleckten, einer, der Probleme mit seiner Haut hatte, dem Hautpigmente gefehlt haben und er deswegen gefleckt aussah. Er strich darüber und dieses wurde hinweggenommen, obwohl in der heutigen Medizin noch kein Mittel existiert. Isa sah jemanden sterben, er sagte zu ihm, steh auf, zu dem Toten, so stand er auf, mit der Hilfe Allahs, ein Toter wurde wieder lebendig. Allahu akbar, Allahu akbar. Die Jünger haben das doch gesehen. Warum sagen sie dann, und wir wollen wissen, dass du in Wahrheit zu uns gesprochen hast? Nein, nein, nein. Und dass unsere Herzen beruhigt sind. Subhanallah, wie viele Zeichen noch? Wie viele Zeichen noch? وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينَ So, dass wir es bezeugen können. Wir gehen dann unter dem Volk und sagen, das ist die volle Wahrheit. Subhanallah, die Wahrheit ist immer die Wahrheit. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala klare Zeichen schickt, unter anderem auch Wunder, dann sollte man sofort glauben. Aber so wie es auch in der Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, als er den Mond gespalten hat, stopp, 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 abul barah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Mond gespalten, er hat den Mond gespalten, mit der Hilfe allahs. Die Muschrikun wollten von ihm ein Zeichen, ein Wunder sehen, als er den Mond gespalten hat, vor ihren Augen. Und in der heutigen Zeit siehst du, dass Bilder existieren, du kannst das gerne googlen, in dem Fall kannst du googlen, sonst verlässt du Google in jedem Fall, wenn es um den Islam geht, und auch Wikipedia, und vor allen Dingen die Bild-Zeitung möge Allah uns bewahren, du kannst das googlen, der Mond ist gespalten. Wer hat ihn gespalten? Muhammad sallallahu alaihi wassallam. Die Muschrikun haben eine Aya von ihm erwartet, ein Zeichen, so hat er diesen Mond gespalten, und was ist passiert daraufhin? Sie sagten, das ist ein Zauberer. Und das waren immer die Wörter, wie die Kuffar umgegangen sind mit ihren Propheten. Mit Kuffar bezeichnet wird, das ist kein Schimpfwort, sondern das ist eine Beschreibung über seinen tatsächlichen Zustand, den er hat. Sahir, Zauberer, so haben sie immer den Leuten geantwortet, wenn sie die Wahrheit nicht annehmen wollten. Lügner, Dichter, all das wird gesagt. Deswegen wundert euch nicht, liebe Geschwister, dass wir auch mit solchen Wörtern beworfen werden. Die Leute machen sich über uns lustig. Und sie schreiben und unter unseren Videos Kommentare. Lass sie schreiben. Morgen werden sie jedes Wort, nein, jeden Buchstaben bereuen. Einer, der ein ehemaliger Rassist war, durch und durch, ein Nazi durch und durch, der ein Islamhasser war, wie er im Buche steht, er hat uns selber gesagt, ich gehörte zu denjenigen, die eifrig waren. Unter euren Videos Kommentare zu schreiben, die gegen euch gerichtet waren. Aber eines Tages hat Allah sein Herz recht geleitet und dieser ist Muslim geworden. Subhanallah. Subhanallah. Ich habe ihn gefragt, als du geschrieben hast, warst du überzeugt davon? Er sagte nein. Und so sage ich auch den anderen. Ich weiß, dass ihr nicht überzeugt seid. Es ist einfach nur der Puras. Ihr braucht nicht mein wertiges Gesicht zu mögen. Ihr braucht nicht mein wertiges Gesicht zu mögen. Aber nehmt die Wahrheit an. Nehmt die Wahrheit an. So wie Jesus euch gesagt hat, nach mir kommt ein Prophet, sein Name ist Ahmed, bedeutet Mohammed. Warum folgst du Jesus nicht? Unsere Herzen sollen Ruhe finden, weil wenn du dieses vollbringst, sagten sie zu ihm, zu Jesus so werden wir dir glauben. Höre was Jesus sagte, Da sagte Isa, der Sohn von Mariam, Allahumma Rabbana Allahu Ekraf O Allah Unser Herr. Hat er gesagt, Allahumma Rabbi mein Herr Unser Herr. Ein Prophet bringt immer den anderen Benehmen bei. Was haben sie gesagt zu Isa Ibn Mariam? Sie sagten, Frage dein Herr. ist dein Herr in der Land. Was sagt Isa Aley Salatu Was Salaam? Oh Allah Unser Herr. Subhanallah. Ansel علي ma il min ass Sende ein Tisch voller Speisen vom Himmel auf uns herab. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina So dass dieses ein Fest ist für den ersten von uns von uns die wir jetzt gerade anwesend sind und für die späteren nationen die nach uns kommen Subhanallah schaut die Praxis der Propheten wie sie ihre Wörter wählen wenn sie Allah bitten Subhanahu wa ta'ala und das ist eine wichtige Sache die wir lernen sollten wenn man Allah bittet sollte man ihn nicht einfach so bitten dass man sagt ja Allah gib mir das schluss aus fertig sondern es gibt ein Adab höre diese Überlieferung bei At-Tirmidhi und Sheikh al-Albani sagt sie Der Prophet hat einmal einen Mann gehört der Dua gemacht hat in seinem Gebet in einer anderen Überlieferung er sah einen Mann der Dua gemacht hat er Er sah ein Mann, der in seinem Gebet Dua gemacht hat. Er kam gleich zur Sache. Ja Allah, ich möchte das. Ja Allah, ich möchte das. Ich möchte jenes. Er hat Allah nicht gelobt. Und er hat auch keine Segenswünsche auf den Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, gesprochen. Faqal, dann sagte der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, Er hat es eilig. Thumma da'ahu faqal. Dann hat er ihm gerufen und ihm gesagt, Wenn einer von euch den Dua macht, Wenn einer von euch Allah bittet, Hört zu. Die Beliefung ist bei Al-Tilmi. Jetzt lernen wir an. Dann soll er Allah lobe preisen. Und die Salawat, Die Segenswünsche auf den Propheten Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sprechen. Und dann soll er bitten, Worum er auch immer bitten möchte. Allahu akbar. Allahu akbar. Wie gnädig der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, war, Dass er uns beigebracht hat, Was bedeutet Adab mit Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Mit den schönsten Namen. Schaut, wenn wir in Surat Al-Fatihah rein schauen, Alhamdulillahi robbil alayhi wa sallam. Alles Lob gebührt Allah dem Herrn, alayhi wa sallam. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Dass es Lob, 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 Lob. Und du nennst die schönsten Namen Allahs. Allah liebt das. Allah liebt das. Und wenn du weiter gehst, Dann sagst du, Iyya ka na'amudu wa iyya ka nasta'in. Das heißt, dir alleine dienen wir Und dich alleine bitten wir um Hilfe. Wir sind schwache Diener. Wir sind arme Diener. Wir verfügen über nichts. Ja Allah, höre unser Wittgebet. Du bist derjenige, den wir brauchen. Aber du brauchst uns nicht. Und dann Leite uns den geraden Weg. Ach ja, liebe Geschwister. Lernen wir, wie der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, es uns beigebracht hat, dass wir Allah loben. Dann die Salawat sprechen. Auf den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Denn in einer Überlieferung bei al-Bayhaqi Das Bittgebet wird nicht empor gehoben, wenn die Salawat nicht vorhanden sind. Sheikh al-Al-Bali sagt sahih. Das Bittgebet wird nicht erhoben, wenn die Salawat, die Segenswünsche auf den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, nicht im Bittgebet vorhanden sind. Und dann bittest du Allah, worum du ihn immer bitten möchtest. Worum du ihn auch immer bitten möchtest. Abu al-Bala, ich habe es so gelernt, dass ich am Anfang die Salawat mache und in der Mitte und am Ende. Kannst du so machen. Die Überlieferungen sind viele. Vor allen Dingen von den Sahaba, wie sie dieses auch beschrieben haben. Einer hat gelernt, dass er erstmal Allah lobe preist und dann Segenswünsche auf den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, spricht. Und dann bittet, worum auch immer er bitten möchte. Und dann wieder die Salawat damit abschließt. Kein Problem. All dieses ist erlaubt. Hauptsächlich, dass du diese Dinge nicht vergisst. Oh Dina Allahs. So hat Isa alayhi wa sallam es ihm beigebracht. Er sagte nicht einfach, ja Allah, schick uns ein Tisch voller Speisen vom Himmel herab, sondern er sagte, ja Allah, höre zu, subhanallah, was für wunderschöne Wörter, dass er ein Fest für uns sei, für den Ersten von uns und für den Letzten. Ein Fest. Jedes Mal, wenn dieses Fest ist, dann sagen wir, das ist der Tag, an dem die Gnaden Allahs herabgekommen sind. Wenn wir ein Jahr nach dem Fest sind, dann sagen wir, vor einem Jahr war dieses Fest. Wenn es in zwei Jahren ist, dann sagen wir, in zwei Jahren ist dieses Fest. Wir erinnern uns immer wieder daran, wie gnädig du zu uns gewesen bist. Allahu akbar. Und ein Zeichen von dir, eine Ähja, dass die Leute an mich glauben. Ich bin Jesus und ich komme zu dem Volk und sie sagen zu mir, damit wir auch einen Beweis haben, dass du der Gesandte bist, damit würdest du uns ein Zeichen herabsenden, so dass die Leute es leichter hätten, an mich zu glauben, ja Allah. Das sind die Wörter von Isa alayhi wa sallam. Und versorge uns. Wir sind schwach. Wir sind nicht in der Lage, uns selber zu versorgen und höre, was er zu Allah alayhi wa sallam sagt. Und du bist der beste Versorger. Allahu akbar. Du bist der beste Versorger, ja Allah. Jameen. Wie wunderschön. Warum? Weil wir gelernt haben, wie man Adab gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zeigt. Aber wenn ich es gerade eilig habe und schnell bitte, ist das in Ordnung? Es ist in Ordnung. Wir haben gesagt, die vollkommenste, beste Art und Weise ist, dass du es so machst, wie wir es gerade vorgeführt haben. Und man hält die Hände nach oben, liebe Geschwister. Ob du sie weiter auseinander hast oder sie näher zusammenbringst, das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsächlich sagen die Gelehrten, dass man nicht die Hände umdreht, weil das ist ein Hadith. Denn dieses Umdrehen ist nur für Dua ul Istisqa. Das heißt, wenn man um Regen bittet. Das ist etwas Spezielles. Ansonsten hat man die Hände offen. Das heißt, die Handflächen sind nach oben gerichtet. Und du brauchst deine Hände nicht ganz hoch zu heben, sondern ganz normal. In der Position von einem Bittsteller. Wenn man sagt, gib mir etwas. Du siehst Leute, die nicht Allah bitten, sondern die Menschen, dass du mal 56 Cent. Die ganze Sache. Deswegen habe die Hände so. Abul Barah, manchmal überkommt es mich und dann übertreibe ich und ich hebe meine Hände nach oben. Kein Problem. Denn als die Schlacht von Badr war, und das haben wir schon bereits in den Sira-Unterrichten gelehrt, möge Allah uns den Lohn schreiben, da hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, an dem Tag, der so gewaltig war, vor der Schlacht von Badr, so hat er seine Hände extrem nach oben gehoben. Bis sein Umhang nach hinten gerutscht ist und Abu Bakr, sallallahu alaihi wa sallam, ihn wieder angelegt hat. Und er sagte zu ihm, O Gesandter Allah, ermüde nicht. Mach dich selbst nicht fertig. Überanstreng dich nicht. Und so hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das auf diese Art und Weise gemacht. Allah antwortete, Ta'isa alaihi wa sallam, Allahu akbar, wie gnädig unser Herr ist. Er wusste, wie die Jünger gefragt haben, Hal yastati'u rabbuk, ist dein Herr in der Lage? Kann dein Herr uns diesen Tisch herabsinnen? Manche Gelehrte haben gesagt, das ist dasselbe, und sie sahen das nicht so, dass sie hier gezweifelt haben, und wir hören gleich, insha'Allah ta'ala, die Ansicht des Führers von allen Mufassirun, von den Erklärern des Koran, al-Tabari, rahimullah ta'ala. Wir sagen, nein, das ist nicht so, wie Ibrahim gefragt hat. Ibrahim, alaihi wa sallam, sagte zu Allah, azzawajal, Rabbi, arini, keife tuhiil mauta. O mein Herr, zeige mir, höre zu, wie, wie du die Toten wieder lebendig machst. Hat Ibrahim nach dem wie gefragt, oder das? Er fragte nach dem wie. Ein ganz anderer Unterschied. Die Jünger fragten, ist dein Herr in der Lage? Ibrahim hat nicht gefragt, kannst du die Toten wieder lebendig? Wie? Und Allah hat ihm vorgeführt, wie, subhanahu wa ta'ala. Ein Riesenunterschied, liebe Geschwister. Und daher, höre zu, sagte, al-Tabari, rahimuhullah ta'ala. Er sagte, das ist der deutlichste Beweis, dass ihre Herzen Krankheit erfahren haben und dass sie gezweifelt haben in ihrer Religion und die Bestätigung des Gesamten, sallallahu alayhi wa sallam, nicht vollzogen haben und dass sie gefragt haben, was sie gefragt haben, als eine Art Prüfung. Allahu akbar. Diese Wörter von al-Tabari, rahimuhullah ta'ala. Daher, liebe Geschwister, sollten wir wissen, um zum Ende zu kommen, dass diese Art und Weise der Frage nicht gut war. Trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala entschieden, dass er ihnen ein klares Zeichen gibt. Kalallah, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, inni munazziluha alaykum Ich werde euch den Tisch herabsenden. Allahu akbar. Den Tisch herabsenden, ja. Faman yakfur ba'du minkum, fa inni u'azibuhu azaban, la u'azibuhu ahadan min al'alami. Und wenn ich ihn herabgesandt habe, den Tisch, wenn ich ihn dann herabgesandt habe, wer dann noch Kufr begeht, über den werde ich eine Strafe verhängen, mit der ich noch nie jemanden auf dieser Welt überhaupt bestraft habe. Allahu akbar. Natürlich nicht. Weil wenn das als Zeichen kommt, dann ist die Wahrheit klar und deutlich. Denn eine Sache zu wissen, zu kennen, ist nicht wie mit sie, ist nicht wie sie mit eigenen Augen zu sehen, liebe Geschwister. Und daher war dieser Tisch eine tatsächliche Sache, die passiert ist, der herabgesandt wurde. So haben es die meisten Gelehrten gesehen. So sagt auch Ammar ibn Yasir radiallahu an, die Überlieferung, dass das zum Propheten E.S. erhoben ist, ist nicht authentisch. Aber Mawkuvan stimmt das von Ammar ibn Yasir radiallahu an und die Überlieferung ist bei Thirme, die liebe Geschwister. Er sagte, Die Tafel, der Tisch voller Speisen kam vom Himmel herab mit Fleisch und Brot darauf. Allah hat ihnen Speisen gegeben, wie sie sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen haben. Und ihnen wurde befohlen, sagt Ammar ibn Yasir radiallahu an, nicht zu betrügen und nichts bis zum nächsten Tag zu lagern. Das war eine Bedingung. Sie jedoch betrogen und lagerten und bewahrten dann bis zum nächsten Tag auf. Da wurden sie in Affen und Schweine verwandelt. Zeit. Diese Überlieferung ist umstritten, liebe Geschwister. Aber die Gelehrten sagen, von Ammar ibn Yasir ist das authentisch überliefert worden. Das ist ein großer Sahabi. Nichtsdestotrotz, wenn Leute auch sagen, das ist eine Sache, die wir nicht annehmen, Allah hat den Tisch herabgesandt. Und dass er den Leuten angedroht hat, wenn sie nicht mehr an ihn glauben, wenn sie dann noch Kufr begehen, nach all den Zeichen, die sie schon vorgesehen haben, dann wird er sie bestrafen, wie er noch nie zuvor Leute bestraft hat. Und das ist natürlich eine Sache, die wir uns vorstellen können. Es gibt Leute, subhanallah, und so hat Allah die Herzen unterschiedlich gemacht. Manche Herzen sehen und sehen. Sie sehen die Wunder mit eigenen Augen. Wo? So wie das Volk von Bani Israel mit Musa Sie sahen, wie er das Meer gespalten hat. Sie sahen, dass diese Vogelarten bratfertig in ihren Schoß hereingeflogen sind. Sie sahen und sahen und wurden immer ungläubiger. Daraufhin haben sich eure Herzen erhärtet, sagt Allah, nachdem. Nachdem. Was nachdem? Nachdem ihr gesehen habt. Und andere Leute, subhanallah, wenn der Gesandte zu ihnen kommt und sie erkennen ihn als Gesandte, dann sagen sie Amen. Wir glauben. Und das ist die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns beigebracht hat, liebe Geschwister, so richtig zu glauben. Und das ist die Geschichte, die nicht in der Bibel steht. Über den Tisch voller Speisen. Aber bei uns Alhamdulillah finden wir das Beste, das Vollendendste und vor allen Dingen in voller Wahrheit. Möge Allah uns nur auf dieser Religion befestigen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben? Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Ashadu an la ilah illa'an astaghfiruka wa tubu layk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'al. Liebe Geschwister, bitte schnell, wir werden ganz kurz ein paar Fragen nehmen insha'Allah ta'ala und dann kommen wir zu Ende. Deswegen bitte schnell reinkommen in den Raum.